Musik 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 Wir haben einen gegnerischen Zerstörer... Okay. Der Zerstörer gesunken. Es ist zu wild. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Okay. Komm! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 der fährt gar nicht so breit wie er aussieht warum habe ich keinen vernichtenden schlag gekriegt was das denn jetzt stimmt die norman die ist eigentlich generell total langsam alter warum habe ich den denn jetzt nicht getroffen da hinten noch eine füße 4a praller echt jetzt also ich habe doch im vernichteten schlag ja nie ist klar auch leute fahrt doch nicht breit was ist denn das hier okay der steht ja 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 ich kann ja 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 Ach, fahrt doch nicht breit, ey, ihr seid doch nicht, fahrt nicht, zieht da. Kann man denn so doof sein? Wow, Zweig, huh? Wow, Zweig, huh? Der Gegner ist das Luftschiff gesichtet. Der Gegner ist ein Kreuzfettik! Alter! Hohoho Fass Krass ey! Haha ich hab 2 von 3 versenkt! Supi! Ich bin stolz auf mich! Könntest du da stehen? Scheinbar nicht. Aber er trägt ein Mist. Geht sie nix gut. Och Leute, lasst mir doch auch ab. Och, na komm, ich will auch! Yes! Wow! Gut, resettet ist es schonmal. Oh man! Oh man! War schon nicht schlecht jetzt. Wow! Die Streuung ist wieder unfassbar. Was ist das? Was ist das? Ja! Was ist das? Was ist das? Eine Wumpel hat schon mal getroffen, das ist schon ganz gut. Ah, ein, ok, eigentlich will ich nur noch. Der Team hat die Führung übernommen. Andréa Torri da. Bam, 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 bam. Oh ja, Farbreitseite, ja, mach das. Nein, keine Zitter. Pöse, du bist so ein Pöser. Torpedos Achterhaus. Torpedos Achterhaus. Im Achterhaus. Da fährt noch so ein Eierkopf. Freizeiter. Torpedos Achterhaus. User Perp. . Plumm-plumm-plumm. Das Geräusch ist einfach cool. Der bleibt gleich stehen, oder was? das ist sogar nahkampfexperte also eine kraken ist noch drin wo ist denn der kaum eine 15k stelle jetzt ich will die kraken ok die kraken ist nicht mehr drin ja 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 ja